Ein Schwimmverein, der jeden begeistert, der viele Facetten hat, der einzigartig ist. Beim Köpenicker Schwimmsportverein Neptun Berlin stimmt einfach das Gesamtpaket. Was vor einigen Jahren bei einem Gläschen Wein mit einer spontanen Idee begann, ist nun eine feste Tradition im Schwimmkalender. Nepolympia. Hinter Nepolympia verbirgt sich eine interessante Geschichte. Als wir vor drei Jahren angefangen haben, Nepolympia ins Leben zu rufen, hatten wir uns überlegt, wie können wir den Wettkampf nennen. Und wir haben so viele Champions League, Trophys, Wettkämpfe oder Meisterschaften, da haben wir gesagt, nein, wir wollen was Neues kreieren. Der KSV wollte anders sein. Einem neuen Wettkampf Flair verleihen, den sportlichen Charakter und Vielfalt widerspiegeln. All das steckt in Nepolympia. Das Highlight des Jahres. 600 Teilnehmer, 3000 Starts. Am Wochenende sorgten die Nachwuchsschwimmer und Nachwuchsschwimmerinnen bei den Nepolympischen Spielen in der Schwimm- und Sprunghalle am Europasportpark für viel Furore und natürlich auch neue Bestzeiten. Nepolympia. Ein toller Wettkampf, der inklusiv geschwommen wird. Kinder mit oder ohne Handicap können sich messen, zusammen kämpfen und neben dem Beckenrand viel Spaß haben. Die Nepolympischen Spiele haben für die Kleinen eine ganz besondere Bedeutung. Es ist halt von unserem Verein veranstaltet worden, dass so viele Leute hier sind. Ich finde es cool, dass wir andere Leute leider nicht kennenlernen und andere Konkurrenzen als in Hamburg haben. Mich ist halt cool, dass ich das erstmal in die 200 Schmetterlinge schwimme, also dass ich mir das so getraut habe. Für Nachwuchssportler und Nachwuchssportlerinnen ist Schwimmen nicht nur eine Leidenschaft. Es ist viel mehr. Dass man sich nicht so schnell verletzen kann und weil ich Wasser irgendwie mache. Wenn du dann irgendwie was Schlechtes in der Schule irgendwie hattest, dann kannst du schwimmen und dann ist es meistens ein bisschen weiter weg. Man kann auch viel mit Freunden Zeit verbringen, weil wir sind auch auf der Sportschule und da sind wir halt den ganzen Tag gefühlt zusammen. Neben solchen Wettkämpfen bietet Berlins ältester Schwimmverein viel. Von Kaulquackengruppen, Leistungssport, Talente- und Fördergruppen bis hin zum Breitensport. Auch die Erwachsenen können in unterschiedlichen Varianten ihren Ausgleich zum Arbeitsalltag als Masters finden. Gute Community, alle eine gute Hut. Die Leute sind sehr schwimmenbegeistert. Wir kriegen halt eine gute Synergie zwischen Trainern, Betreuern, Kindern, Sportlern, Eltern, Förderern, die sich sehr für den Verein engagieren. Hast du jetzt auch Lust bekommen, einen Teil deines Lebens im Wasser zu verbringen oder nächstes Jahr bei Necolympia zu starten? Dann ist der Köpenicker Schwimmsportverein Neptun Berlin genau der richtige Verein für dich. Egal ob jung oder alt, klein oder groß, Leistungs- oder Freizeitschwimmer, beim Kaasbau ist jeder herzlich willkommen.